Freundschaftsanfragen beantworten Jemand hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Dann siehst du in der oberen Leiste zwei weiße Köpfe. Darüber siehst du eine rote Zahl. Klicke auf die weißen Köpfe. Ein neuer Kasten öffnet sich. Du siehst den Namen von einer Person. Diese Person möchte bei Facebook mit dir befreundet sein. Wenn du nicht mit dieser Person bei Facebook befreundet sein möchtest, klicke auf Nicht jetzt. Wenn du mit dieser Person bei Facebook befreundet sein möchtest, klicke auf Bestätigen. Der Kasten verändert sich. Facebook fragt dich. Möchtest du deinem neuen Freund oder deiner neuen Freundin noch mehr Personen bei Facebook vorschlagen? Personen, die Freunde sein können. Wie das geht, das erklärt dir dieses Video nicht. Klicke auf Überspringen. Der Kasten verändert sich wieder. Klicke auf das Wort Freunde. Jetzt kannst du deinen neuen Freund oder deine neue Freundin noch in eine Liste einordnen. Du kannst wählen. Ist der neue Freund oder die neue Freundin ein enger Freund? oder ein Bekannter? Klicke das an, was du ausgewählt hast. Der Kasten verändert sich wieder. Jetzt hast du einen neuen Freund oder eine neue Freundin bei Facebook. Dann kannst du deinen Bekann Whisky dann erst personagemного Bernd zusammen hinREAM. Also können du dann wahrscheinlich sehr gut für dich machen. dûieren inển. Oder du kannst du ihn noch mal Easteren mit deinen Freundin